moin leute und herzlich willkommen zurück auf meine kanal danke dass du daraus wieder eingeschaltet hast und heute spielen wir den fischen club weiter eine weitere folge unser fischen club so ich habe mal geguckt was wir so alles haben und wir haben einen xp booster noch drin den werden wir einfach mal gleich ausrüsten und das hier fängt die also das ist die kurbel also damit dafür schneller reinkommt machen wir auch einfach mal rein so und wir probieren es mal ich weiß gar nicht ob das jetzt schneller ist als sonst was gibt ordentlich xp jeden fall nice wenn wir das glück haben und so ein riesen fisch kriegen das wäre noch heftiger der hier kommen ja schneller schneller nein haut ab jetzt was passiert wenn ich nicht sehe naja bleibt eigentlich okay das ist belastend es gibt ordentlich xp das ist gut kommen wir schneller an unser ziel dran weil wir wollen ja woanders angeln wir brauchen aber stufe acht und dann können wir noch uns der neue angel und sowas kaufen so neues level erreicht da haben wir eine angel neue angel und so können wir uns gleich erstmal holen 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 wir holen die jetzt am besten so das ist die normale angel hier für 6.000 so kaufen wir und rüsten auch gleich raus Artcruz zack und eine neue angelschnur bis 5 kg können wir dann angeln zack und wir haben neue angelhaken 5 kg angelhaken kaufen wir uns auch gleich mal und gleich kein geld mehr aber das ich glaube das lohnt sich mehr dann zur bühne will ich noch mit brot machen ich kaufe noch hier ein paar guck mal das geht eigentlich vom preis her können wir uns auch noch mal hier kaufen 2500 jungen jungen wir hier ok jetzt können wir noch ein bisschen unser fisch verkauf und dann auch woanders angeln alles verkaufen geht der preis gesunden irgendwie okay dann würde ich sagen dass wir jetzt woanders angegehen und zwar wo war das achte hier level 8 so da können wir ausholen hier zack das macht auch spaß leute 50 meter vielleicht sollten wir hätten wir doch ein würmer kaufen sollen ist gar nichts sind die fische da kommt einer oder das ist ein rocken oder ach komm beißt doch an ich glaube die beißt nicht so an oder man weiß es nicht da kommt einer da hat er uns gesehen ja oder mensch weiß doch an ok wir brauchen was geileres fliegen kostet goldene fische da oben will ich noch nicht vergraten was ist denn gut ne wir probieren es einfach mal aber kein geld mehr einfach mal hier so hin was sind das brocken den hier will ich gerne haben ja jetzt dauert das irgendwie richtig ewig hier vielleicht müssen wir hier doch mit wurm arbeiten wir warten es ab oder hat einer er wollte ja da kommt er ja komm beißt an komm 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 du bist mir wir verlieren sonst ein fisch wird gewogen ja das ist mächtiger gewesen und nochmal auswerfen zack vielleicht war das zu weit ich glaub der geht uns flöten der ist zu schwer der geht uns flöten auf jeden fall oder vielleicht kann das nicht mehr das ist a das ist das ist die Ein riesiger fisch am angelhaken ja du gehst uns 4682 xp und level 9 geschafft und gehen mit dem xp booster ist gar nicht mal so aber wir können jetzt schon neues gebiet wieder aber ich denke mal wir machen erstmal hier weiter also ein level noch und wir haben das geschafft dass wir an einem wettbewerb teilnehmen dürfen jetzt hat uns das glück wieder verlassen jetzt hat ein angebissen er kommt und runter und ab in den haken ja ein großer fischer angebissen ein 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 so ich glaube wir verkaufen noch nicht den fisch nachher aber ein 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 riesiger ist nur ein großer ok das ist easy ein 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 das ein 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 Musik Oh, was los mit euch? Let's go, Tyler. Hier ist auch nur ein kleiner. Wir wollen die Großen haben. Musik Da vorne ist doch ein riesiger Fisch. So, ich würde sagen, werfen wir hier vorne aus. Ich hoffe, die kriegen wir auch dann irgendwie. Hopp schon. Nein, nicht du. Oh, doch, das ist auch ein großer. Ich würde lieber den ganz Großen haben. So, da vorne ist er hier. Mal kurz gucken. Oh, da kommt so ein ganz kleiner Fisch jetzt. Den will ich aber nicht. Nehmen wir ihn trotzdem mit. Ja, der hört sich auch. Guck mal hin. Ja, hier. Ja, hier. Und jetzt kommt die Bedeutung aus. ok level 10 erreicht so wir werden noch mal verkaufen gehen wir kriegen jetzt 2000 nur jetzt sagen wir müssen noch ein bisschen angeln hier ach ja oh das ist großartig so wir kommen auch wieder zum ende des videos wenn euch das video wie immer gefallen sollte dann lasst einfach einen daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten video bis dahin ciao